Immer wieder ein Highlight. Ja. Oh, das zerfetzt ja alles. Ja, ich hab's auch grad gemerkt. Hier ist die Junge. Ah, ja. Oh, Stufe 23 bin ich jetzt, alles klar. Siehste, geht so schneller. Ja. Jo, alles klar. Oh, boi. Weggemäht. Brauchen wir noch mehr? Tatsächlich ja, wir sind in die andere Stadt noch ein. Also durch... Einkaufszentrum. Ja. Gut, wir halten diese mehr aus. Okay, sehr gut. See? Aufräumen, bitte. Die sagt... Haha. Das. Ja, 29. Na, guck mal. Na, bitte. Sehr gut. Das ist ja gar nicht da, mit loszugehen. Ja, nun. Ich halt auch einfach nur rein. Ja. Genau. Einfach nur durch. Einfach nur durch. Ja. Das war's. Dauert ein bisschen länger bei mir. Ja. Das macht nichts. Ja. Das macht nichts. Ja, das ist so schön einfach. Okay, dann haben wir auch hier. Oh. Ja. Ja. Ja! Ja, ja... Okay. Okay. Die Sicherung nochmal auf. Die ist wieder diese Ungerknüpfung, wo wir nicht reinkommen. Mhm. Aber... Loll! Hm? Oh. Ja. Also die Wände sind schnell weg. Das freut mich sehr. Oh. Tanzausrüstung haben wir im Fall geschaltet. Ja. Wenn mal das sein soll. Das werden wir jetzt sehen. Oh nein. Wenn er die damit ablenkt. Die alle tanzen. Oh. Okay. Oh. Ja. Ja. Begriff muss er dann. Ja. krass das war heftig ja schon, ne? ein bisschen ich habe unten anscheinend eine verpackte Anzeige da steht die ganze Zeit die Waffenwerkbank verbessern interagiere mit dem Waffenwerkstack um sie zu verbessern ja, nee, brauchen wir ja nicht mehr ich startet wohl da mal spielen da mal neu oder so du brauchst was für ein linkes Bein, ne? äh, warte, bitte? was war das? linkes Bein da oh, hat er? oh ja, hat er umgelegt sogar automatically so, dann gehen wir erstmal hier fix rein irgendwo auch ein neues Opfer mhm ok oh, stimmt, ich brauch auch einen neuen ja, siehste der Angriff war dann doch ein bisschen ja passt, da ist er auch schon moin was war die ja also direkt zurück wenn wir wollen wenn wir wollen und ja wir wollen wollen wir ab zum wichser ja wo ist denn der links ach da unter ist okay wie andere hört die andere ja ha ha it didn't explode finally it works i won't have to obey any zombies again now i can control them completely thank you very much hacking helm neue anleitung hacking helm haben wir nicht so was schon ja ja also klar du kannst jetzt ein helm herstellen nur mit schrott weil sonst brauchst du vorher noch das headset das brauchst du jetzt nicht mehr ach so okay okay ja ja das okay das okay das ja dann wohin jetzt ja das ist nicht die antwort die ich hoffe eigentlich ja eigentlich ja wir können aber auch zu annie oder mako yamahori aber was ist am die quest makoto yamahori also bei mir zeige ich da keine quest an ach nee das sind nur leute mit denen man quatschen kann ja 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 ach so da könnte man natürlich zum treibs und fieder da so eine quest oder zu alfred davis das wäre auch noch möglich das müssen wir ja sowieso ja da und sind dazu in der treibsand da erst mal hin erst bei treibsand und dann checken wir wie es weiter geht ich dachte da kann ich halt rein und mich porten aber nein da kann man die ganzen anderen zum bis rausgeflogen kann sich als zombie in den lüten oder so ja ich gehe das ja auch jetzt kann ich wieder nicht raus aus dem ding wohl gucken wie viel erfahrungsgebung der es gibt noch mal ja 10.000 ist nicht viel ist nicht viel aber ich bin neugierig auf die waffen die wir jetzt haben und dann das was das für schaden macht na dann bitte da feine her bestätigen gut das kann ja jetzt kennen wir ja schon naja merkbar auf jeden fall merkt man richtig hat 141 schaden eben war es nur 70 und man dann nach hätte ich weiß bald nicht mal viel übrig nee nicht wirklich Ich muss hier bleiben und witz. Ei, 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 ja, ja. Hopp, du Elefant. Hopp, du Elefant. Waaah. Waaah, tut mir weh. Ja, bitte. Deutlich schneller. Deutlich. Bambi, was war das? Oh. Oh. Eine sagenhafte... Was war das jetzt? Weiß ich nicht. Oh. Also es gibt ja diese automatische Luftpistole. Das ist wie so eine... Wie so eine... Wie so eine Glock. Also so eine Pistole, die halt ein bisschen schneller schießt. Hm. Okay. Das ist eine automatische Luftpistole. Äh, das... Da habe ich jetzt gerade das hier getroppt bekommen. Von Stufe 34. Upgrade Stufe 3. 3 von 3. Hm. Okay. Ja. Können wir nicht craften. Bei weitem nicht, ne? Haben wir auch das Level nicht dafür. Jedenfalls. Upgrade Stufe 3 von 3. Schaden 242. Ähm. Wir müssen nochmal zurück. Ja, ich habe es gerade gelesen. Ja. Die machten SPS, also einen Schaden pro Sekunde von 1.321. Wow. Okay. Ja, das ist krass. Das ist... Das ist echt krass. Wir können da nochmal hin. Scheiße. Da habe ich wieder eingedrückt. Die neue Kia. Verdammt. Ach Mensch. Ja, das... Kann nur mal ganz kurz... Na, was? Was? Wie? Wer? Gehen wir da dann nochmal so ein Rezept? Ach so. Das weiß ich natürlich nicht. Weiß ich auch nicht. Aber ich gehe mal zurück zu Bars. Was da los ist. Besser ist. Gut, wir können es eh noch nicht grabben. Ja, klar. Das bringt uns jetzt noch gar nichts. Haben müssen wir Besseres brauchen. Das ist ja wohl richtig. Ach du Scheiße. Was ist denn hier los? Das ist also das, was er mich so ein bisschen meint. Ja. Ich meine, wir können natürlich auch noch diese Fallen etwas weiter vorher bauen. Und auch hier vor natürlich setzen, ne? Na klar, ja. Aber ja, wir müssen sowieso mal gucken, dass wir vielleicht irgendwie bessere Fallen bekommen. Naja. Wie sieht es denn eigentlich hiermit aus? Ja, das läuft. Also das ist wild. Diese sagenhafte Pistole. 400. Das MG? Das MG macht noch nicht mal so viel Schaden wie diese automatische Luftpistole. What the fuck? Ja, wir können es mal sehen. Crank. Das ist krass. Es wird immer wilder. Und das ist auch immer schneller. Also... Das ist echt krass. Finde ich ganz geil eigentlich. Ja. Ja. Deutsch aus. Holy shit. Aber ich glaube, wir müssen erstmal so ein bisschen... noch ein bisschen sortieren. Noch ein bisschen graften. Und dann... Sehen wir uns schon wieder in der nächsten Folge, würde ich sagen. So sieht's aus. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.